Herzlich Willkommen auf hemmesalp.tv, das Baustellnummer mit sich. Ja, ich stehe jetzt heute hier in der Hausmannstraße und schaue mir die Betonage des K19 an. Und jetzt sehen wir hier wieder mal zwei Betonpumpen. Auf der linken Seite, der Baulogistikstraße, steht die eine. Und auf der rechten Seite, der Badenhochhalle, sag ich mal, der Landstreikhalle, steht die zweite. Sie haben kurz nach sechs angefangen, die Betonpumpen aufzubauen. Und daraufhin haben Sie auch angefangen. Und da stand jeweils schon ein Betonischer jeweils an der Pumpe dran. Wie viele letzte Strandstehen kann ich von hier aus leider nicht erkennen. Zumindest nicht bei den unteren, auch nicht bei der oberen. Ich kann ja mal das Schwingen schauen. Jetzt wird es halt immer ein bisschen wapplich, aber bitte nicht böse sein. Also ich kann hier leider nichts erkennen. Sie ist hier unten irgendwo, aber, so wie ich gerade frei bin, hier ist das IPS. Aber leider hat das geschlossen. Ich versuche natürlich ganz ruhig zu halten, dass es sich so abwartet. Weil bei dem Zoom, Leute, ist das nicht immer ganz so einfach, dass er exakt ruhig zu halten. Deswegen müsst ihr da ein bisschen Verständnis dafür haben. Ja, und da möchte ich mich bei Martin mein bedanken, der mir erklärt hat, warum die immer die Markierung hin gemacht haben. Und mir dazu ein Foto in die Kommentare eingetellt hat. Dafür erstmal recht herzlichen Dank. Da möchte ich mir natürlich bei allen bedanken, die mir gestern so lief in den Kommentaren geschrieben haben. Und heute hat Thomas St. geschrieben in den Kommentaren, ob ich nicht einen Spendenkonto habe. Das habe ich. Und das werde ich dann hier unter dem Video bzw. in die Beschreibung reinschreiben. Also weil er mich ja gefragt hat, wie ich das mache mit dem Rollo fahre oder mit dem Verkehrsmittel fahre. Das geht leider alles immer ein bisschen von dem Hartz IV weg. Und da muss ich dann eben immer etwas schauen, wo ich das dann wieder abzweigen kann. Aber meistens zur Zeit dann abgezweigt. Und das Geld von der Lebensmittel. Versuch mal noch ein bisschen näher anzukommen. Also das ist das, was ich jetzt gerade gemacht habe, der kommt mit dem Handy. Und ich bin jetzt ungefähr in der Luftlinie, sag ich mal, 200, 300 Meter weg. Also ich gehe jetzt hier direkt vor dem Eingang der Jugendherberge. Ich sehe gerade, ich muss noch ein Stück rüber, bis man sich so richtig sieht. So, also bis jetzt ist zumindest zwar noch nichts zu erkennen. Aber warum sie da jetzt Folien hingemacht haben, weiß ich leider auch noch nicht. Aber wenn wir das mal noch jemand erklären können, weil das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich das gesehen habe. Dann wäre jetzt der Bankhaft. Also mit dem bloßen Auge, von hier aus, kann ich die auch weiter sehen, die Bettempumpen sind. Aber mehr solcher von hier oben nicht. Also das ist schon eine super Auflösung, was mein Monokola-Famero hier bringt. Und das wäre übrigens von hier aus bei K6 nichts gescheites geworden. Man hätte zwar was gesehen, aber nur aus der Entfernung. Und so ist das natürlich jetzt. Das ist doch nochmal besser, wie das natürlich jetzt mit meiner 4K-Kamera ist. Von hier aus weiß ich auch nicht. Aber ich habe da noch ein Objektiv dabei. Und damit habe ich auch erkannt, wie ich das wechsel. Und da nochmal vielen Dank für die Kamera an den Front. Okay. Da noch, wenn ich jetzt was zeige. Also dass es das andere da unten geht, das wir machen. Und dann dann das da oben, dann das Wasser zu gehen. Zeitraffer-Video. Nicht, dass ihr jetzt dann stundenlang vorm Video hocken müsst, so wie bei K6 zum Beispiel oder R4. Also es wird ein Zeitraffer-Video werden. Und weil jetzt einige gesagt haben, was als nächstes dran kommt. Also, Leute, als nächstes ist dann B1 dran. Aber B1 kann ich von hier aus nicht füllen, das habe ich euch gesagt. Das werde ich dann direkt vom Weg aus filmen. Und danach wird wahrscheinlich... Nee, halt, R kommt K13. Und dann kommt B1 und dann R10. Und zwischendurch wird mal der Kelchfuß von K27 meteriert. Und dann haben wir ja noch die Loges. in UK11. Die wird wahrscheinlich irgendwann, nächstes Mal oder lieber nicht so mobiliert rum. Ja, natürlich wäre es schöner gewesen. Hier ist das Ganze aus zu filmen. Aber da habe ich leider auf meine Anfrage... Leider keine Antwort bekommen. Aber so wie es von hier aus aussieht, da ist jemand auf dem Video oben. Das heißt, wenn der Hubert das schön will, dann würde er wahrscheinlich auch hierher kommen. Also das hätte ich auch noch nicht hier. Aber so wie es ist. Das ist ein ganzes Mal. Ja, ich sage mal, das war ja auch nicht. Ich habe ja auch nicht gewonnen. Ich sage mal, das war ja auch nicht. Das war's für heute. Wenn es mal ab und zu zwischen Nei wackelt dann nicht will sein, dann natürlich immer mal wieder ein bisschen das Ganze schärfer zu stellen. So ins Zinnhauen. Wie gesagt, bei dem Zoom ist es halt relativ schwer, das Ganze ruhig zu machen, ja. So. 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 Da habe ich noch mehr die Größe ins Blick. Da habe ich dann noch das Zyklinschild ein bisschen im Blick. Aber lassen wir uns nicht leben. Aber wenn man was sieht, werde ich sowieso versuchen etwas näher ranzukommen. Da bin ich auch frei! Die Flüssigkeit wird schlägt unter dem Teil. Die Flüssigkeit wird hier bereits verijing. Das ist jetzt gut. Es geht gleich, weil wir jetzt kontrollieren. Das ist eine Flüssigkeit. Oh! Ja, falls ihr das Lottenspiel hören solltet im Video, das kommt hier, da von der Stiftskirche, also in der Phönixstraße. Ich denke, ich habe schon Glück gehabt, da ist es auch nicht besser gewesen zu filmen, weil da hätten ja die ganzen Stege noch einen Weg bzw. eine Wanderrektion. Da ist es, wenn ich glaube, da sind nicht mehr, da sind wir, da sind wir, da sind wir, da sind wir. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber man kann ein bisschen durchflüten, sag ich mal. Wenn man auf die Rummischiefe von der Arbeiter schaut, da sieht man dann schon die Fläche von den Kelch. Und da werden wir dann die Wettergeschichte nachher sehen. Auch durch das Gerüst durch. Ich bin heute sehr gut vorbereitet. Ich habe zwei Regenschirme dabei. Einen für mich und einen für das Handy. Das Monopularfernrohr ist wirklich nicht wasserempfindlich. Also das ist Wassersicht. Was ich aber von meinem Handy nicht behaupte. Von dem hergestellt muss ich dann nicht ein bisschen schützen vom Regen. Und natürlich auch das Handy. Aber dafür bin ich wie gesagt gut ausgelöst heute. Jetzt sind wir 20 nach 11. Ich würde sagen so gegen 12 Uhr, 12.15 Uhr, 12.20 Uhr rum. Also sag ich mal so 40 bis 60 Minuten wird man auf jeden Fall schon etwas an der Oberfläche sehen. Also ich denke mal, dass die Betonierung der Betonate endlich noch zwischen 2 und 3 Uhr zu Ende ist. Wenn man jetzt mal überlegt, wenn wir um halb 7 haben sie angefangen zum Betonieren. Dann halb 1, also da haben sie schon mal 6 Stunden, um 6 bis 8, 9 Stunden brauchen sie zum Betonieren. Wiederholz immer gerne. Also man betoniert die Kelche immer so, wenn man weiß, dass man nicht irgendwo anders gerade noch etwas betonieren muss. Dann haben wir ja eben die 2 Betonwerke gebraucht. Also das hier am Hauptbahnhof und das hier am Abstellbahnhof. Und da wird meistens dann der Samstag gerne genommen, um so Kältschützen oder als Kälte zu betonieren. Und dann geht's mal. Und dann geht's mal. Und dann geht's mal. Ja, da fällt mir doch gleich ein, wie ich Tatüter K gehört habe. Patrick hat mal zu mir gesagt, um auch Wandzeit 2 in BR9, wo ich das gefilmt habe, hat er gesagt, es vergeht kein Video ohne Tatüter K. Also suchte das jetzt in diesem Video auch nicht, und ich finde mal das ein oder andere Tatüter K wird noch im Video wahrscheinlich erscheinen. . . . . . . so das war das zeichen mich sehr was aber Das ist ein Highlight, das muss man natürlich gestalten. Dann hier drüben. Genau. Dann hier drüben. Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr seht natürlich, wie der Pumpe, wo unten drin steht. Ich habe gerade die gefühlt und musste feststellen, dass die sich ein bisschen gestreckt hat. Und die, wo auf der Baulogistikstraße steht, steht ein bisschen höher und geht dann schräg nach vorne runter. Na Leute, was die hier noch bauen hätten können, wären ein paar Bänke, muss ich auch mal hinsetzen. Keiner von mir gibt es mal Bänke, aber ich denke, dass ich da einen nicht so guten Anblick habe. Da war ich auch nicht. Ich bin auch noch Freude aufgenommen. Also der Platz hier ist halt am mehrfachsten. Aber vielleicht denken wir mal die Stadt vielleicht dran. Ich stelle hier auch noch ein paar Bäume auf. Und dann können die dann gleich noch aufrufen und sich die Aussichtlichen schließen. Einmal ein sehr guter Vorschlag von mir. An den Herrn Knobro, den Obergröner meistens auf der Schicht gehabt. Vielleicht erst mal zum Rallys, also in die Tat umzusetzen, sondern da war ein bisschen Blitz. Bänke ist hier echt mangebare in der Hausmannsstraße. Und hier gibt es natürlich, das ist natürlich echt drüben und dann mal was her. Und über mir blickt gerade den Hübschauer. Da haben wir direkt mal, da liegt erstmal weiter hin. Und zweitens, wenn er wahrscheinlich nicht die Bätanage von der Fernstütze aufgenommen. Ich wünsche es hier auch noch keinen, der irgendwie immer kurz drin steht. Aber das kommt vielleicht auch noch. Also ich zähle mal, dass auch Hubert und Jochen hier keinen Blick haben sollten beim ITS. Weil das ist definitiv zu und ich sehe jetzt auch immer noch keinen rumstehen. Und ich habe das letzte Video gesehen vom Abbau des Marzenes-Stammens. Und da hat ein guter Mensch gesagt, dass der Turm sowieso umgebaut wird. Also oben die Dachdachdachse vom Turm. Und ich denke mal, dass man dann viel mehr Platz hat, um es nach unten zu schauen. Also die Betonpumpe unten drinnen, die richtet sich auch langsam wieder auf. Und die von der Baulogistik-Grase, die geht dann ja auch in Richtung Baulogistik-Grase. Ich zume noch mal ein bisschen rein. Also weiter geht nicht mehr. Also weiter geht nicht mehr. Und die von der Baulogistik-Grase-Gase-Gase-Gase-Gase-Gase-Gase-Gase-Gase-Gase-Gase. driving dieSD-Gase-Gase-Gase-Gase-Space. Und das ist das, was ichise��-Grase-Gase-Gase-Gase-Gase-Gase-Gase-Gase-Gase-Gase-Gase-Gase-Gase-Gase. Wir irgendwie ziemlich bei der Baulogistik-Gase-Gase. Die ganze Tage sind vierhörig. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 und ein kleines Stück noch leicht im Umtrieb und ein kleines Stück noch leicht im Hintergrund Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ja Leute, zweieinhalb Stunden und wir sind Patschabing, also wir haben halb elf vier, also dann haben wir zwei, also drei Stunden gebraucht. Also insgesamt haben sie jetzt sieben Stunden. Das wird jetzt betoniert. Dann werden jetzt schon wahrscheinlich noch die Flügelkletter einfliegen, aber das werden wir wahrscheinlich, dass das Wetter hält. Und unten mal kurz aufnehmen. Also jetzt kam noch mal ein Hut, vielleicht war jetzt das das Ende. Oder dass es jetzt noch mal weiter geht, dass wir noch einen Nachschub bekommen haben. Also bis jetzt können wir gerade ziemlich die Größe durchschauen. Also bis jetzt fließt die weiße Pumpe, aber viel ist es nicht mehr. Das ist nicht mehr so. Vielleicht vergessen die Lektion noch nach Hause. thest Musik Immer wieder kommt die Sonne raus. Ich habe jetzt bitte keine Kommentare über meine Gesangsleistung. Ich weiß, dass es nicht ganz besonders gut ist. Aber da wollte ich kurz mal angingen lassen und dann immer wieder auf die Sonne auskommt. Und ich dachte, es passt dazu. Noch fließt die weiße Pampel, kann aber nicht mehr allzu viel sein. So, jetzt kann ich gerade ein Todsignal. Ich weiß wirklich, ob schon ein Funkenfahrer war oder vom Beton ist, oder? Ich würde mich jetzt aber nicht wundern, wenn wir gleich am Ende wären. Ich würde mich nicht wundern. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020